ich wünsche euch frohe weihnachten wir sind hier bei der community beschwörung von euch komischerweise sonst wäre es ja keine community beschwörung wir fangen mit minu an und bevor wir loslegen möchte ich euch auf jeden fall erstmal einen gesegneten heilig abend wünschen und frohe weihnachtszeit und ich hoffe ihr habt schöne geschenke bekommen oder würdet sie noch bekommen da das video wahrscheinlich noch vorher online kommt je nachdem wann ihr beschwerungen habt ich weiß nicht wann ihr beschwerungen habt hoffe einfach dass es euch gut geht und ich hoffe ihr kriegt das was ihr wollt und ich hoffe dass ihr ich bin nicht gut in sowas ja aber minu hat auch noch eine kleine nachricht hinterlassen von euch ich auf jeden fall vorlesen werde und auch soll und zwar moment ich muss ihn ganz kurz aus dem chat raussuchen aber es ist es ist sehr lieb gemein und sehr süß muss ich sagen ja also fangen wir mal an ich weiß nicht wo man da anfangen soll also warte okay ich schätze mal das so heißen erwünscht frohe weihnachten immer positiv denken es ist so ein spiel und die monster kommen sowieso irgendwann dazu sei gesagt es ist weihnachten da soll man sich nicht aufregen also sprich wenn ihr nicht euer net 5 zieht oder das was ihr wollt regt euch nicht auf ja weil ich schätze mal heute werden sehr viele beschwören und deswegen hoffe einfach mal dass wir vielleicht ein bisschen lack haben ich hoffe es einfach mal aber naja okay gut also wir gehen an den channel ich würde einfach mal sagen wir versuchen es einfach mal mit dem 24 12 ja weil heute der 24 12 ist vielleicht bringt das ein bisschen was ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen aber wir versuchen es ja wir versuchen es einfach kommen wir mal zu seinen wünschen bevor wir zu den scrolls kommen und zwar wünsche sind wasser boom also sabrina schakrams skill ups nevois lucian skill ups und die größten wünsche die er hat sind lynn und verrat dazu muss ich noch sagen dass heute bk ist habe ich gerade gesagt okay gut und zwar die ich werde immer eine also die letzte rolle von jedem also sprich ein ms eine wind eine feuer eine wasser eine ld und eine legendary lasse ich offen weil die meine freundin beschwören soll ja also das soll war auch noch ein wunsch von ihm dass eine scroll mindest also das haben wir halt ausgemacht die sollte eigentlich so generell mit beschwören geht aber durch ein kind ein bisschen ist ein bisschen schwer ja weil wenn sie anfängt zu knatschen und so ist nicht so cool kann sich so lange alleine lassen außer vielleicht wenn sie schläft deswegen ist ein bisschen doof ja nur dass ihr da bescheid wisst dass ich immer eine offen lasse für den am für ende dann das nächste mit dem bless man sieht der bless ist aktiv für net 5 und 2 net force die muss ich abknipsen weil er entscheiden möchte ja also sprich da wird ein cut sein und dann ihr werdet da nicht viel mitkriegen aber ich muss dann halt immer auf die antwort warten okay ich würde sagen wir legen los in 3 2 1 go ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen aber wo ich freue mich ja also weihnachts beschwörung finde ich immer ist schön ich mag weihnachten beschwören und so finde ich super ich muss sagen ist jetzt der allererste den ich am ersten also wirklich aufnehmen er wird auch der erste im video sein weil einfach einfach ist nein weil es einfach naja er muss ist derjenige der als erstes weg muss und da denke ich mir da hauen wir ihn jetzt als als erstes raus aber doch den anfang machen im video und so deswegen hat das ganz gut gepasst auch mit den weihnachtsgrüßen und so deswegen also es werden jetzt alle community beschwörungen hintereinander sein also wer für die leute die jetzt nur ihre beschwörung sehen wollen oder nur bestimmte oder so dann kann man sich ja könnt ihr ein bisschen gegebenenfalls frost geben oder so also wenn ihr da scharf drauf seid weil ich weiß dass viele warten ich weiß auch dass ich bei einem nicht sagen soll ob ein bless aktiv wird weil er sich den skip button weg taser hat sage ich mal also weg weg löscht sage ich mal okay also da muss ich versuchen neutral zu bleiben ich gebe mein bestes aber wäre cool wenn wir jetzt mal hier ein paar blitze kriegen können komm du hast es weihnachten okay und da kannst du da kann man ruhig mal jetzt hier einen blitz raushauen oder wäre schon schön ich bei mich mal ein bisschen manchmal hilft das manchmal aber auch nicht ich hoffe ich erinnere mich daran dass ich wenigstens eine scroll offen lasse ja also ein paar blitze also jetzt komm tors ich bitte das ist das weihnachten ich weiß für dich ist also ist es heiligabend weihnachten ist ja soweit ich weiß erst morgen ja also da ist ja nur in deutschland glaube ich der 24 heiligabend beschärung dies das ja also in amerika und so oder rest der welt ist ja erst morgen aber ist ja schon trotzdem schön das heißt nicht dass du die deutschen aus aushängen muss ja nur weil weil wir das heute machen wer alter was ist da los das ist das ist traurig ja vielleicht sollte ich mal mein finger rubbeln ja vielleicht soll die rubbelmechanik wieder zurückkommen ich rubbel mal ich rubbel rubbel vielleicht hilft es nee nee irgendwie nicht der junge junge das ist da los oder der channel ist vielleicht doof vielleicht sollten wir doch in den 25 ablitz okay so ich soll auch die four stars abknipsen okay gut fangen wir mal an ich mache jetzt hier ein cut ich würde schilling nehmen übrigens aber außer man hat also außer er hat schon chilling aber wohl auch für skill ups und dort würde ich chilling nehmen aber kommen wir gleich zu ich mache jetzt ein foto so und schicke ihn das und hoffe dass er dann jetzt aussucht okay er hat sich auch für chilling entschieden war auch die beste wahl muss ich sagen also chilling hätte ich auch auf jeden fall genommen auswählen weil chilling auch wenn man ihn hat gegebenenfalls er war ja hall of hero ja aber wenn man die skill ups zum beispiel nicht voll hat oder so ja vor allem im letzten skill ist es sehr wichtig also ich glaube der hier ist wichtig dass die skill ups voll sind und wenn man das zum beispiel nicht geschafft hat in der hall of hero oder so dann sollte man auf jeden fall ne den versuchen auf skill up zu bringen weil chilling ist in jeder hinsicht ziemlich cool der ist in in vor allem in der special league wenn er jetzt diese forster dinks ist er ziemlich cool der ist aber generell cool ist ein guter stripper und ja wobei man muss sagen el charion hat den so ein bisschen so ein bisschen ausge ausgedingselt aber wobei ich muss sagen ich finde chilling immer noch wesentlich besser als el charion aber ist geschmackssache ne muss ich sagen so das ist der erste blitz das ist echt traurig man ja also ich glaube ich wechsle ich weiß nicht ob ich den channel mal wechseln soll weil der 24 der der hat es nicht druck der hat es nicht druck sag ich mal wisst ihr was wir machen wir gehen jetzt mal wir gehen einfach mal in den channel von karo ich glaube die streamt auch gerade glaube ich ich weiß nicht oder sie hat gestreamt aber wir gehen einfach mal rein gucken ja wir missbrauchen jetzt einfach mal ihren channel und schauen jetzt einfach mal an was jetzt hier ist weil mein channel ja also den channel den ich benutze oder hauptsächlich benutze ja der 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 wort noch nicht so häufig benutzt was stream angeht sage ich mal ja also deswegen naja also ich muss sagen was ist mit dem was los da jetzt holl mal hier blitze raus das ist traurig wenn ich das schon sehe dann will ich heute gar nicht beschwören bei mir okay blitze okay gut jetzt hau mal was raus hier komm 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 go 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 okay ich hätte auf jeden fall roji genommen wegen skill ups für meinen garo muss ich sagen ich muss jetzt mal wieder ein foto machen gut hat auch ninja gesagt also wie gesagt also das ist es eigentlich fast safe also ich würde ihn auch hätte ihn auch locker genommen für garo skill ups weil ich glaube die roji hall of hero die habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich ausgenutzt muss ich ehrlich sagen ich glaube da habe ich da boah ich weiß nicht vielleicht aber das war glaube ich kurz okay das war nett vor was das graffiti auch sehr gut für raid ja also ein sehr gutes raid monster vor allem für den anfang ist graffiti in der hinsicht sehr sehr cool also kann ich auch nur empfehlen roji habe ich ich glaube die das war kurz nach dem umzug da habe ich die habe ich echt nicht viel gemacht muss ich sagen aber naja so ich hoffe wir kriegen ich hoffe wir kriegen ohne nickel geil ich hoffe wir kriegen wenigstens ein net five also für den blässer komm schon ja für den blässer blässer soll nicht komplett unnütz sein ich meine es sind nicht viele scrolls ist ja auch nicht so schlimm ich habe gesagt ab zwar nicht scrolls und so ne es sind nicht viele scrolls aber mehr als drei lightnings kann man schon erwarten ich meine plus zwei legendaries die sind ja safe ne und ja aber vielleicht ist ja in den lds da was drin vielleicht ist da ja was drin mal gucken mal gucken na hu ich hoffe aber wenigstens dass der ein net five kriegt also zu weihnachten da kann man ruhig mal ein net five können auf also vielleicht kein dupe ja aber ein net five wäre schon das wäre das wäre schön doch das wäre schön man also wie gesagt ich muss vielleicht gleich auch mal fünf ms übrig für meine freundin ja vielleicht hat sie heute einfach den besseren finger als ich wer weiß ja dann lasse ich ja überhaupt beschwören aber naja schauen wir mal ne so komm schon ey jetzt komm mal hau jetzt komm mal was raus ich meine ja danke ist auch nett vor aber naja okay das ist das ist ein bisschen doof mit dem bläden wow ne sokoboss ja gg man ist halt fusion eher so ne ähm naja wenigstens ein wunsch also hier nur vor ist doch drin ne boom wasser boom okay könnte schwer werden sind glaube ich sehr lucians gelaps wer müsste auch drin sein muss ich sagen also lucians gelaps sind jetzt auch nicht so abwiegig linn also linn muss mindestens drin sein also eine linn muss drin sein ja berat ich habe mal berat gezogen ein dupe ich glaube bei anti war das ja soll ich fünf überschaffen nee dann bin ich gerade zu geizig ich lass mal ich lass ja mal drei ms übrig okay so ich lass ja mal drei ms übrig zehn wasser ja ich weiß dass er sich extrem stark verrat wünscht das hat das ding ne okay fangen wir mal mit den windscrolls an weil es einfach am wenigsten ist dann gehen wir zu feuer dann zu wasser dann die lds dann die legendaries na gut ich fange einfach mal an ich hoffe ey komm schon jetzt hau mal hier was raus man bitte jetzt tu mir nicht enttäuschen ich will auch den bläst und so will ich sehen also wäre cool also komm schon ich will auch eine coole auswahl haben auf geht's jetzt hier aber die blitze sind der heilige bum bum wandern okay das ist nicht vor aber es ist immerhin ein blitz es ist ja schon mal etwas ist wow ein 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 windig glaube ich hieß der ne oh gott oh gott oh gott okay lassen wir die offen gehen wir zu feuer was gibt es mal feuer aber hat er bei feuer am wunsch ja fuhr 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 ist drin oh fuhr fuhr ist doch wohl drin ich bitte dich oder ne fuhr ist doch drin oder please please ne fuhr zumindest oder oder hat er ein cyrus weiß ich nicht okeanus oder so oder 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 was gibt es noch was gibt es noch ja cyrus fällt mir ein perna hat er perna ich weiß nicht ob er eine perna hat komm go irgendwas ja gut dann dann nicht richtig ich merke schon du hast kein bürg okay wasser werat go also bitte go jetzt werat hau rein jetzt nicht warum nicht komm schon spiel was soll ich machen solche die füße küssen was los komm schon jetzt gibt ihnen werat das kann doch nicht so schwer sein auf geht's jetzt ah komm schon ich bitte dich kein blitz in den wasser scrolls kommen ein blitz wenigstens komm schon kann nicht sein so höchste anzahl erreicht okay gg wo ist das lager da ok gut ich hoffe da hat platz ja ok das reicht easy reicht das gut ich muss sagen die 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 blitze da da das macht mir schon wieder ein bisschen sorgen ja ich meine er ist jetzt der erste ich bin gespannt wie das bei den anderen später läuft vielleicht ist auch der account einfach verflucht ich hoffe für ihn nicht ich hoffe für ihn nicht ja ich hoffe dass der account nicht verflucht ist aber go man das kann nicht sein hey go also da bin ich echt ein bisschen verblufft okay machen wir die lds ich was so dass ich der meiner freundin übrig die die pieces oder lass ich ihr die 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 ganzen scrolls ich habe irgendwie erfahrungen gemacht dass die pieces besser sind das sind vier sehe ich gerade oh naja ich mach mal die pieces ok was soll ich machen ich muss ein ratto ritual machen ich rubbel die ich rubbel die mit meinem finger ok ich rubbel die 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 scroll da oben ok auf geht ok ja cool ok so ich rubbel noch mal hier go 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 schön im uhrzeiger sind natürlich so auf warte mach ich denn da so auf geht's na komm die linn 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 please linn nein das ist richtig ist nicht mal das richtige attribut das ist komischer echsenmann ok linn bitte wenigstens ninn linn linn bitte aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacause aaasterische aaaacher er werde kennen und wenigstens die olau sein ja also bitte dich so auf geht's go linn? Nee? Lichtmumi*** mhms das ist nicht cool okay mache mal die ld auf und hoffen, dass da was cooles rauskommt. Es ist ein Net5. Es ist ein Net5. Es ist ein Net5. Auf geht's. Oh, Feng Yang und Zyros. Ich meine, er hat einen Feng Yang. Ich hoffe, er hat keinen Zyros. Ich hoffe, er hat keinen Zyros. Ich hoffe, er hat keinen Zyros. Es ist ein Drache. Es ist der falsche Drache. Er wollte unbedingt einen Verat haben, aber es ist ein Drache. Ich hoffe einfach, dass er keinen Zyros hat. Feng Yang hat er schon, das weiß ich. Aber Feng Yang, Dupe? Dupe? Weiß ich. Molong. Wäre noch cool gewesen. Molong Dupe. Jetzt muss mein Internet nur noch funktionieren. Internet? Bitte dich. Danke. Zyros. Gut. Okay. Gut. Ich hab's mir schon gedacht, weil ich weiß, dass er einen Feng Yang hat. Auf geht's. Zyros. Auf geht's. Bäm. Geht's jetzt zu Zyros? Ist auch einer meiner. Most Wanted Net5. Ich hab mir eine Liste gemacht. Also morgen bei meiner Beschwörung. Also ich nehme heute meine Beschwörung auf, aber die Wünsche lese ich da vor. Und da ist Zyros auch bei. Ah! Zyros geht's halt richtig cool. Boah. Richtig gute Cleavecom kann man mit dem machen. Auf jeden Fall mega gut. So. Wir sind noch nicht durch. Das kommt noch dazu. Wir sind noch nicht durch. Jetzt muss ich mal eben meine Freundin rufen. Eine Sekunde. So. Ich hab dir jetzt drei MS übrig gelassen. Ja. Ich hab dir eine nur Signal aufbricht gelassen. Moment. So. Ich hab dir drei MS übrig gelassen. Eine Wind, eine Feuer, eine Wasser, eine Licht und eine Legendary. Okay? Du fängst mit den MS an. Also auf geht's. Soll ich der Finger rubbeln? Okay. Soll ich rubbeln? Und jetzt. Komm. Nein. Okay. Und jetzt machst du nochmal. Nein. Okay. Und jetzt machst du nochmal. Okay. Okay. Jetzt die Wind. Auch nicht. Hast du denn schon was gezogen? Ja. Aus der Legendary hab ich was gezogen. So bin ich ein Wasser. Ja. Nicht das, was er wollte. So. Jetzt Wasser Drachen. Du musst ganz fest an ihn glauben. Du weißt wahrscheinlich nicht mal wie der aussieht. Dachte ich mir. So. Hier wünscht er sich eine Lin. Das ist eigentlich ganz leicht. Das ist nur ein Drei-Sterne-Monstar. Nein. Jetzt kommt's nicht. Das wär noch schöner. Blitze wären schön. Ist es aber nicht. Aber könnte noch die Lin sein. Es ist aber nicht die Lin. Aber das richtige Attribut. Aber nicht die Lin. Ist ein Vogel. So. Hier hab ich was Gutes rausgezogen. Da sind immer Blitze. Gut. Und es ist... Naja. Naja. Aber die wurde gebufft. Die wurde gebufft. Die ist gar nicht mehr so üblich. War aber nur Hall of Hero. Frohe Weihnachten. Gut. Du darfst gehen. Du bist entlassen. Ja. Dann mach die Pfoten von jetzt. Sauber. So. Also. Ähm. Tetra ist das glaube ich. Tetra wurde gebufft. Und ist echt in T.O.A. sehr gut brauchbar geworden. Also sie ist nicht schlecht. War aber leider Hall of Hero. Hero. Stein haben wir nicht. Ifrit haben wir gegebenenfalls auch nicht. Gut. Wir haben 1F5 gezogen. Zyros. Zyros. Bin ich ein bisschen neidisch. Muss ich sagen. Weil Zyros. Ist das ein Drache? Ist leider nur der falsche Drache. Ja. Das ist leider nur der falsche Drache. Wir haben 1... Also 2 Blitze waren garantiert durch die LS. Wegen den Legendaries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ist okay. Wenn man die Attributschriftrollen jetzt mal nicht wirklich groß mitzählt. Ist es okay. Ich glaube der hatte 67 MS. Ja okay die 2. Ja okay es ist ein bisschen unterdurchschnittlich. Aber es ist okay. Wir haben immerhin Zyros gezogen. In den Channel von Karo. Wo hat da eigentlich was geschrieben? Ja einmal Gritz. Und was hat der bekommen? Garni. Ja Garni. Wir brauchen Garni. Okay. Ich bin durch mit diesem Account. Leider keinen Wunsch erfüllen. Weder Skillups. Noch eine Lin. Noch ein Verad. Verad. Falsches Attribut leider. Aber es ist immerhin etwas geworden. Ich würde sagen wir switchen jetzt direkt zum nächsten Account. Also ich verabschiede mich jetzt nicht groß. Weil es jetzt direkt weiter geht. Okay. Somit sind wir beim Tim angelangt. Und zwar hat er die Wünsche. Beziehungsweise. Naja Wünsche hat er nicht wirklich. Er hat eigentlich nur den Wunsch keine Dupes. Dupes im Forster Bereich nicht zu bekommen. Ist sehr schwer. Im Net5 Bereich. Ich weiß gar nicht was du hast. Können wir gleich mal ganz kurz reinlucken. Ansonsten. Ich soll die Blesses im Event lassen. Also ich mache hier keinen Bless. Ja. Dafür haben wir Magiekisten. Mit denen fangen wir jetzt gleich auch an. Aber erst einmal möchte ich mir ganz kurz seine Monster anlocken. Was hat der denn so? Er hat einen Ariel. Okay. Der hat die wahrscheinlich im Lager eher. Oder? Wow. Das ist ganz schön viel Food. Aber ich soll den Food in Ruhe lassen. Ich soll nichts verfienen oder so. Er soll alleine machen. Feng Yang. Ariel sehe ich gerade da. Wo ist das Lager? Lager interessiert mich noch ehrlich gesagt. Wo ist das Lager? Nehme ich auf? Ja ich nehme auf. Wenn jetzt hier irgendwas nicht rund läuft. Das ist echt fatal. Wo ist das Lager? Oh. Wir können mal ganz kurz im Shop gucken. Ist hier noch irgendwas cooles? Neh. Hier vielleicht. Oh. Gewalt. Ui. Sowas hätte ich auch mal gerne bei uns. Nennt man es. Ist auch gut eigentlich. Aber okay. So. Was haben wir in Lager? Ich will kurz gucken. Dass ich versuche kein... Okay. Molong. Hätte ich auch gerne. Okay. Oh. Das wird aber schwer. Oh. Zwei Feng Yang. Och du Scheiße. Wow. Okay. Du hast... Wow. Du hast schon ein bisschen was. Okay. Das wird ein bisschen schwer. Da keinen Dupe zu ziehen. Aber ich versuche es. Ich versuche es. Ja. Wünsche oder so hat er gar nicht. Blässe im Event lassen. Magiekiste soll ich öffnen. Dafür muss ich erstmal das Ding finden. Wo das... Wo man die Magiekiste öffnet. Hier. Fangen wir nämlich mit denen an. Mit den Magiekisten. Weil da kann ja noch MS und so ein Kram rauskommen. Das müssten... Wow. Hat er viele Stones. Holy shit. Okay. Zwei Stück natürlich. Ich würde sagen. Wir fangen damit an. Bevor wir mit der Beschwerung anfangen. Ich weiß, dass ich glaube ich über 130 Scrolls sind. Das ist jetzt eine der größeren Beschwerungen. Dann habe ich nochmal so ein paar kleinere. Und dann habe ich nochmal eine große Beschwerung. Und dann meine erst. Aber meine kommt separat morgen. Okay. Gut. Fangen wir mit dem Magiekisten an. Mal gucken. Also cool wäre natürlich eine von den oberen Sachen hier. Legendäre Schriftrolle. LD. Wasser. Wind. Feuer. Und so ein Kram. So was wäre halt ziemlich cool. Schauen wir uns das mal an. Auf geht's. Ich verkaufe hier einfach mal nix. Ja. Auch wenn jetzt hier Flatdinger drin sind oder so. Ich verkaufe jetzt hier mal nix. Wobei. Ist gar nicht mal so bad. Muss ich sagen. Critratus. Nice. Nemesis. Speed. Drei bis vier. Ist gut. Ist sehr gut. Und Attack. Ja. Entschlossenheit. Ich glaube da ist immer ein Raidding mit bei. Ich muss sagen. Die Ruhen von der Entschlossenheit. Also die Raidruhen. Die benutzt du eigentlich gar nicht. Muss ich sagen. Aber okay. Geht. Komm schon. Was gut ist. Ui. Was ist das bitte? Keine Flat. Ah. War so klar. 20 Crystals. Immerhin. Und vier bis sieben. Genauigkeit. Das sind diese Raiddinger. Die Raiddinger sind ein bisschen. Naja. So. Wir haben zwei von. Haben wir? Ja. Wir haben zwei. Okay. Leider keine Scroll dabei gewinnen. Aber ich will nicht wissen wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist. Scroll zu bekommen. Muss ich sagen. So. Gehen wir in. Bleiben wir einfach mal hier. Was hat hier einer bekommen? Schon wieder ein Garni. Garni ist anscheinend in der Rotation. In der Weekly Rotation. Sag ich mal. Oder wir gehen einfach mal. Also 24. 10. Äh 24. 12. Da hat nicht viel gebraucht. Muss ich sagen. 5. 5. 5. 1 war ganz nice. Da bleiben wir aber erstmal noch draußen. Wir gehen jetzt einfach mal in. Ich weiß gar nicht was mein Channel ist im Stream. Ich glaube 8. 9. 8. 8. 6. 8. 8. 5. 8. 9. Oder so. Keine Ahnung. Wir gehen. Was gehen wir denn? Wir gehen einfach mal in. Ähm. Wir gehen einfach mal in 420. Oder ne. Wir gehen in 4200. Das ist ein Channel den ich noch nie benutzt. Gehen wir mal darauf. Also wir haben. Drei Legendary Scrolls. Äh. Drei LDs. 19 Wasser. Drei Feuer. Zwei Wind. 104 müssen ich hier. Und die Stones soll ich in Ruhe lassen. Weil. Ich glaube da ist so ein Mist drin. Hat er gesagt. Wobei Zyros finde ich ziemlich cool. Und Josephine ist auch mega gut. Aber ich schaue mir nochmal ganz kurz nach. Ob ich mich jetzt nicht vertue mit den Stones. Aber ich meine. Bei ihm war das mit dem. Ähm. Stones soll ich lassen. Ähm. Okay. Er hat fast alles. Gut. Hier war das mit den Stones nicht öffnen. Gut. Fangen wir mit den MMS an. Drei. Zwei. Eins. Go. Und ich hoffe auf schöne viele Blitze in der Hoffnung. Oder zumindest halt wie gesagt ein Net5. Ja. Also Blast ist hier nicht aktiv. Ja. Das ist so der einzige wo der Blast glaube ich nicht aktiv ist. Ja. Bei dem einen da soll ich selber aussuchen. Und Dominik und so. Muss ich dann auch noch schicken. Dann zukommen lassen. Aber ich hoffe jetzt erstmal hier. dass hier jetzt erstmal heute heute was Schönes rauskommt. Ja. Also jetzt muss hier mal ordentlich die, 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 die. Da gibt es ein Sprichwort. Aber ich weiß den Sprichwort gar nicht mehr. Fängt gut an. Aber auf geht's. Komm schon. Jetzt hau mal hier. Ja. Ich hoffe hier kriegen wir ein bisschen mehr Blitze. Das sind auf jeden Fall wesentlich mehr Scrolls. Also komm schon. Ey. Wenn hier jetzt nichts drauf ist. Dann beschwöre ich erst morgen. Bei mir. Das kann ja nicht sein. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Okay Blitze. Gut. Auf geht's. Komm schon. Jetzt hau mal hier was raus. Jetzt komm. Bam. Okay. Oh. Okay. Sabrina. Der ist auf hoffen falschen Account. Das hätte sich Mino gewünscht. Die Sabrina. Aber Skillups. Ja. Skillups. Boom. Sehr nice. Auf jeden Fall. Sehr nice. Außer du hast keine oder so. Dann ist es naja. Aber jetzt weiß ich. Die ist in der Rotation. Also ich habe immer so das Gefühl. Das ist so eine. So eine. Oh Blitze. Ui. Hier geht es ein bisschen mehr ab. Was ist es? Oh eine Druade. Nice. Das ist die Wind. Die Wind ist. Weiß ich gar nicht. Das war die mit den. Zusammen. Achso. Das war die mit den Kontinuitlichen Effekten. Und mit den Angriffsbalken. Um 50% verringern. Okay. Weiß ich gar nicht. Ich glaube am besten ist die Wasserdruade. Aber man sieht die aber auch gar nicht. Also Druaden. Die sieht man echt gar nicht. Dafür muss ich sagen. Die haben das beste. Das beste Design. In jeglicher Hinsicht haben die das beste Design. Also die brauchen gar keinen Transmog. So gut wie die sind. Also vom Aussehen her bin ich. Wow. Die finde ich vom Aussehen her echt mega gut. Ja. Also das ist echt der Wahnsinn. Muss ich sagen. Also vom Aussehen finde ich die echt top. Ja. Deswegen. Naja. Schade dass die nicht so oft zu sehen sind. Aber vielleicht kommen sie noch so metamäßig. Vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr zum Vorschein. Ich würde es. Ich würde es hoffen. So. Auf geht es. Also hier sind die Blitze ein bisschen besser. Ist aber ein Trevor. Trevor auch gut. Skill up gegebenenfalls. Oder wenn du hast. Äh nicht hast. Bauen. Aber ansonsten Trevor sehr gut. Vor allem BK kann er richtig ausrasten. Leider ist ein BK ja immer nur. Da kannst du nur ein Monster nehmen. Also kannst du den Monster nur einmal nehmen. Das ist ein bisschen nervig bei BK. Aber Trevor ist ziemlich cool in. Oder auch in Special League oder so. Da ist er auch ziemlich gut. Also an sich ist Trevor relativ. Also ganz gut. In jeder Hinsicht. Nur. Also außer im PvE. Da benutzt man ihn jetzt nicht so. Aber im PvP kann er richtig krass reinhauen. Das Ding ist nur, dass er auch die Runen dafür braucht. Vor allem Vamp-Runen und so ein Kram. Aber er ist ein gutes Monster. Aber nicht das, was wir sehen wollen. Denn wir wollen hier die, 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 die. Die schönen Geschenke sehen. Also die richtig schönen Geschenke möchte ich hier jetzt sehen. Ja. Ich hoffe, Kamtoas erhört mich. Bitte. Kamtoas. Ein paar schöne Net5s. Also ein paar. Keine Dupes. Ja. Das wäre auch schon mal so ein Anfang. Und Blitze. Das wäre so der nächste Step, der ganz schön wäre. Das wäre schön. Ich weiß nicht. Also hier. Hier das waren über 100. Also es sind glaube ich ungefähr 150 Scrolls oder so. Oder 130 oder so. Also da würde ich mir schon so wenigstens 13 Blitze schon wünschen. Wir haben jetzt drei glaube ich gehabt. Da geht noch ein bisschen mehr. Ja. Sensenmann. Nee. Lebendige Rüstung. Nee. Hm. Blitz. Hallo. Was ist da los? Komm schon. Jetzt haben wir hier was schöne droht. Ja. Was ist da los? Jetzt. Komm. Go. Kann ja nicht sein. Im Notfall wechseln wir halt nochmal den Channel. Ich meine hier waren die Blitze eigentlich bis jetzt ganz gut. Aber ich glaube. Wie gesagt. Das ist ja auch so ein Ding. Das sind so diese. Wie nennt man das? Nee. Verschwörung ist das falsche Wort. Ich glaube. Mythen. 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 Mythen ist auch schwer zu sagen. Oh. Shucks. Skill up. Nice. Talia. Falls du noch nicht hast. Gezählt. Talia. Twins. Bam. Skill up. Jedenfalls. Außer du hast sie nicht. Außer du hast sie noch nicht. Dann würde ich sie behalten. Auch wenn du einen Shiner hast. Talia ist somit die. Einer der besseren Chucks. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Also deswegen. Ich würde sie behalten. Außer du hast schon eine. Dann kannst du die natürlich in Skill ups machen. Also. Na. Das ist ja klar. Ne. Das sollte man dann machen. Das ist auch so einer meiner Wünsche. Skill ups. Chuck. Boom. Das wäre. Das wäre dann schön. Puh. Ich hoffe da kommt was schönes raus. Jetzt hier. Ich weiß nicht was ich machen kann. Also. Was ich meinte wegen dem Channel. Es ist ja. Oh Blitze. Verzögerte Blitze. Heißt das was? Lumi. Hey. Na du. Ähm. Ich weiß. Ich setze sehr oft an. Aber das ist immer wenn. Da gewinnt. Immer wenn ich anfangen will kommen Blitz. Vielleicht sollte ich das jetzt immer machen. Also was ich zum Kanal sagen wollte. Das ist ja so ein Mysterium sage ich mal. Dass bestimmte Channels irgendwie bevorzugt sind. Aber das ist glaube ich echt nur so ein bisschen. Ja. Das ist so. Ähm. Wie nennt man das? So. 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 Ähm. Ah. Ich weiß nicht wie man das nennt. Das gibt es auch bei Medikamenten. Wenn man was verschrieben kriegt. Was eigentlich gar keine Wirkung hat. Aber man denkt es hilft. Wisst ihr was ich meine? Ich weiß gerade nicht wie ich da. Ich weiß gerade nicht wie der Fach. Also wie der Begriff dafür heißt. Ah. Wie heißt das nochmal? Hm. Ich weiß nicht. Komm ich nicht drauf. Komm ich gerade echt nicht drauf. Komm schon. Aller Blitze sind eigentlich ganz okay. Ja. Also sind nicht jeder Zehnter. Nicht unbedingt. Muss man nicht. Kann man nicht unbedingt sagen. Aber. Hm. Es ist. Ah. Zu wenig. Zu wenig. Es geht. Es geht mehr. Oder? Da geht noch wesentlich mehr. Come to us. Go. Bei der Scrollanzahl. Hier da. Da muss man was jetzt. Hier muss man. Ja. Und jetzt das Schönes mit 5 Sternen. Shazun. Skill Up gegebenenfalls. Weil ich gehe mal sehr stark davon aus, dass du schon eine hast. Aber vielleicht Skill Up. Ja. Also bis jetzt. Also die Net Force, die rauskommen, die sind echt gut. Ja. Talia. Sabrina. Ja. Gut. Lumi ist aber eigentlich auch nicht so schlecht. Shazun. Ich weiß nicht, was wir noch hatten. Trevor. Eigentlich auch ein sehr gutes Net 5. Aber wo sind die Net 5s hier? Ja. Vielleicht kriege ich die ja hier auch wieder aus der Legendary. Oder vielleicht sogar ein LD. Ja. Vielleicht auch ein LD. Ich gehe mal noch bis 30 runter. Und danach gehen wir nochmal um 5151. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Channel. Der Channel. Der Channel ist gut. Wenn wir schon mal bei der Sache Mysterium sind. Ne. Also der. Hm. Schauen wir mal. Ich habe ja keinen Channel. Das ist ja mein Ding. Ich habe einen Channel, aber den benutze ich nicht. Gibt auch voll Sinn. Wobei ich hatte einen Channel. Ja. 1337. Aber irgendwie war mir der Channel weggenommen gefühlt. Ein bisschen doof. Aber naja. Na also ich war so mit der Erste, der den Channel 1337 benutzt hat. Und auf einmal wurde der Channel mir weggenommen. Fand ich nicht sehr lieb. Aber naja. Oh warte. Den leistet er in 3. Hä? Achso. Hä? Wieso ist der denn 3 Star? Der rote Star und 2 Star. Und Tag auch, oder? Worum ist der denn? Habe ich noch nie gesehen. Ah ne. Warte mal. Der hat den bestimmt gelevelt. Wollte ich schon sagen. Warte mal. Den lassen wir dann mal drin. Ändern wir jetzt mal nicht. Hat er eigentlich einen LD Net 5? Oder hat er nur Net 4? Okay. Der hat sehr gute Net 4s. Wenn ich mir das hier gerade angucke. Iris. Dover. Poor Damn. Was hat er in Dark Bereich? Okay. In Dark Bereich sieht es dann eher ein bisschen Mauer aus. Muss ich sagen. Sierra. Und so habe ich jetzt auch nicht gesehen. Tasha. Boah. Das ist schwer hier. Ein gutes. Kein Duke Net 5 zu ziehen. Aber wie gesagt. Ich versuche mein Bestes. Ja. Ich versuche mein Bestes. Aber wenn Countdowns nicht will. Kann ich auch nichts machen. Aber wir gehen jetzt gleich in 5151. Da habe ich wenigstens ein Net 5 gezogen. Wisst ihr? Vielleicht hat es ja doch was mit dem Channel auf sich. Vielleicht müssen wir den Channel halt nochmal ein bisschen missbrauchen. Den habe ich nicht gezogen da oben. Ich lasse das mal so. Wir gehen jetzt einfach mal in 5151. Ich missbrauche den Channel heute einfach mal. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wo war die Plattform? Da war die Plattform. So. 32. Auf geht's. Go. Jetzt hier. Blitz. Bam. Nee. Kein Blitz. Schade. Riesenkrieger. Okay. Aber der gehört glaube ich auch noch zu einem. Zu dem Besseren. Der Wasser. Aber ich glaube, wer extrem gehypt wird derzeit. ist Skogul. Also der Wind. Der Windriesenkrieger. Ich glaube, der wird derzeit echt. Echt gut gehypt. Sage ich mal. Also gehypt in Anführungszeichen natürlich. Ja. Aber. Naja. Komm schon. Was ist denn los jetzt hier? Blitz. Please. Mann. Go. Also bei mir ist es immer so. Also natürlich jeder macht sich so ein bisschen Gedanken über die Blitze. Ja. Und ich habe mir immer so die Gedanken gemacht. Am Ende des Monats habe ich so das Gefühl, ist die Blitzrate immer am bescheuertsten. Aber das kann auch nicht stimmen. Weil ich schon Anfang des Monats beschworen habe. Zur Sierra Rotation. Also das im Stream. Das war Anfang des Monats. Da kam nichts raus. Da kam nur Bullshit raus. Ja. Und irgendwie. Hm. Vielleicht haben die heute die runtergeschraubt, damit die morgen höher ist. Ja. Wer weiß. Weil morgen ist ja eigentlich Weihnachten und so ein Kram. Na Bäm. Tetra wieder. Ja. Tetra. Worte gebufft. Ist auch immer. Ist sehr gut für T.O.A. glaube ich geworden. Ja. Also ist relativ gut für T.O.A. zu gebrauchen. Aber das ist nicht das, was wir sehen wollen. Vor allem weil sie Hall of Hero war mal. Ja. Also da kann man ruhig mal hier was Schöneres ziehen. Bitte. Also ich bin immer froh, wenn ich wenigstens. Eine gute Sache für jemand andern ziehe. Ja. Also mehrere gute Sachen zu ziehen. Ist schon schwierig. Aber eine gute Sache ist zumindest etwas, was. Das wünsche ich mir bei jedem. Ja. Zumindest. Also egal was. Aber eine gute Sache muss drin sein. Ich hoffe, wie gesagt. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob wir hier übelst einen Bad Luck haben oder so. Die Blitze sind ja auf einer Seite da. Ja. Die sind jetzt nicht so übermäßig da. Die sind aber auch nicht zu minimal da. Aber das Ding, was einfach nur fehlt, ist dieses 5 Sterne goldene Ding. Und nicht rot. Lila. Wie auch immer. Also das fehlt irgendwie ein bisschen, muss ich sagen. Das da, das da, da bleibt ein bisschen aus. Aber heißt ja nicht, dass es nicht noch kommt. Okay. Blitze. Gut. Ich bitte, bitte, bitte. Jetzt hau was raus hier. Was ist das? Schon wieder. Na, Blati. Okay. Vielleicht kriegen wir Beta. Hm? Vielleicht ist das so ein Anzeichen, dass Beta kommt. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht kommt Beta. Oder es kommt erst mal kein Blitz mehr. Okay. Dann gehen wir jetzt zu den... Wir gehen einfach so hoch. Weil hier die Wasser ist am meisten vielleicht... Keine Ahnung. Er hat jetzt nicht gesagt, was er sich groß wünscht aus Wasser. Deswegen, naja. Wind. Sierra? Aber wenn du eine Sierra kriegst, bin ich böse. Ah, okay. Nicht mal ein Blitz. Das ist natürlich tragisch. So. Gehen wir zu... Feuer. Ne. Wir gehen erst mal ins Lager. Bevor ich damit anfange, gehen wir erst noch mal ins Lager. Hui Junge Junge. Also wenn man sich an den Inseln nicht auskennt, ist das echt manchmal schwer, die ganzen Sachen zu finden. Aber kriegen wir alles hin. Platz ist genug da. Ist ja echt schwer. Also Molong und so. Was sehe ich da? Kami. Alicia sehe ich so nebenbei noch hier, wo ich hier die Sachen ins Lager packe. Beth. Beth ist ja auch gedingset worden, ne? Was sind eigentlich die Forsters? Ach, hier zwischen. Ich habe zweimal denselben... Ne, der ist gedingset. Ich würde schon sagen, das sind meine Forsters, die ich ja gezogen habe. Ah ja, die Druyade hatten wir noch. Okay, Druyade ist eigentlich auch ganz cool. Aber ich weiß nicht, wie die ist. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist halt das Ding. Also ich... Hm, sieht man halt nicht, ne? Das ist halt so das Problem. Was haben wir jetzt hier? Nix. Das ist nicht viel, Kamtoas. Können wir wenigstens mal einen Blitz in den Attributschriftrollen kriegen, bitte? Was sagt der denn hier? Ah, was denn da los, Kamtoas? Also, ne, das geht so nicht. Auf geht's jetzt. Es ist... Heiligabend ist heute. Naja, Heiligabend. Oder ist es heute warm? Ne, Heiligabend ist heute. Go! Zauberst raus jetzt hier. Das kann doch nicht wahr sein. Oder die machen das mit Absicht. Weil die wissen ganz genau, heute beschweren wahrscheinlich viele. Heute Morgen und am Neujahr beschweren viele. Schrauben wir dann mal runter. Kriegen sie eh nicht mit. Naja, genauso wie die die Runen angehoben haben und wahrscheinlich wieder runtergezogen haben. Ja, weil da gab es ja mal schon ein bisschen länger. Da haben die ein Patch rausgebracht, dass die die Runen angehoben haben. Ja. Und ich krieg nix mehr an. Zickstar Runen. Am Anfang war das noch so. Am Anfang hat man das echt stark gemerkt, dass die Runen erhöht worden sind. Also die Droprate der Runen und auch der qualitativeren Runen. Aber inzwischen... Ey, die können einen noch nicht verarschen. Die haben die hundertprozentig wieder runtergezogen. So, jetzt. Auf geht's. Was? Keine Ahnung. Irgendwas. Was ist das? So nett. Also ich sage, die Netforfs sind nicht schlecht. Triana-Skill-Up gegebenenfalls eventuell auch Bound ist nicht schlecht, das Monster. In T.O.A. Mäßig. Aber es ist kein Ding mit fünf Sternen. Das will ich hier sehen. Wie gesagt, vielleicht kommst du ja in den L.D.s. Wow. Oder vielleicht nochmal hier irgendwas Cooles. Auf geht's. Bam. Samurai. Shan. Nee. Er ist Fusion. Für den neuen Imperator und für Jane. Der zweite Jane ist auch nicht so verkehrt. Jane ist ziemlich stark inzwischen geworden, muss ich sagen. Das würde ich mir jetzt auch wahrscheinlich demnächst bauen. Deswegen. Na ja. Komm schon. Jetzt gib mal eine Net5 bitte. Eins. Eine Net5 bitte. Bitte, 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 bitte. Go. Kann doch nicht wahr sein. Go jetzt. Ach, kommt mir schon. Das kann nicht sein. Also ich will keinen Account haben, wo ich nichts, nicht wenigstens eine gute Sache ziehe. Ja, also. Ich will jetzt dann wenigstens hier was. In drei L.D. ist das echt ein bisschen wenig. Aber hier wird es jetzt drin sein. Ja, hier nicht. Aber vielleicht ist hier die Linden drin. Nee, ist ein komischer Bär. Wollen wir nicht sehen. Blitze bitte, 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 bitte. Nein. Jetzt gib ihm doch einen Blitz in den L.D.s. Hapu. Geil. Komm, bitte. Ach. Nee, ey. L.D.s. sind echt so Troll. Ja, wow. Doppel Hapu. Danke dafür. Spiel. Danke. Okay, dann ist es jetzt hier in den L.D.s. Okay. Es wird in den L.D.s sein. Ich predicte, es wird ein Imperator. Ja? Auf geht's. Komm schon. Bitte spielen. Nicht mal Blitze in den L.D.s. Das wär's jetzt. Komm, was ist das? Ne Feuerdriade. Ja, cool. Okay, ne Driade. Komm, jetzt hau ihn einen N.D.5 raus. Bitte, kein Duke. N.D.5, einen N.D.5. Bitte, bitte, bitte. Noch mal ne Schack. Skill-Ups, ey. Okay. Und die letzte. Komm, hau ihn einen N.D.5 raus. Ich bitte dich, wenn's dich gibt, Weihnachtsmann. Gib ihn einen N.D.5. Es gibt dich nicht. Ich wusste es schon immer. Ach, Mann. Lumi. Wow. Okay, das war... Wow. Okay, wie viel haben wir denn? Was haben wir denn gezogen? Aber anscheinend hast du ja erst vor kurzem N.D.5 gezogen. Sieht zumindest so aus. Hier ist doch ein angefangener Leica. Auch noch Five-Star. Sieht noch sehr frisch aus. In die Jahren hab ich gesehen. Aber naja, okay. Fangen wir mal an zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. In 130 Scrolls ist wieder ein bisschen unterdurchschnittlich. So drei Blitze unterdurchschnittlich. Leider. Aber, ja, was willst du machen? Das liegt ja auch nicht ganz in meiner Hand. Das ist ja halt ein bisschen Lackabhängig, ne? Ich hasse es, wenn ich den Leuten nichts Gutes... Das ist immer so traurig. Kann doch nicht sein. Die Leute sparen extra dafür und dann kommen... Okay, Skill-Ups, ja? Warte mal. Du hast hier Natalia. Die hat Brauch-Skill-Ups. Sabrina. Ups. Sabrina braucht auch noch ein bisschen Skill-Ups. Hast du ne Shiner? Ne Shiner hast du auch. Shiner... Oi, siehst du? Du hast ein Skill-Up für Shiner, weil anscheinend gehst du auf Shiner. Maruna bräuchte in der Theorie auch noch ein paar Skill-Ups. Und die anderen finde ich nicht so cool. Also die Wind-Dinger finde ich nicht so cool. Ich glaube, die sind im Rift-Raid ganz okay. Aber die finde ich so generell oder prinzipiell nicht so cool. Aber naja. Okay. Dann bin ich mit dieser Beschwörungstession auch durch. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Es tut mir leid, dass ich hier nichts gezogen habe. Es tut mir leid, ich hoffe, du verzeihst mir. Ich finde das aber echt krass. Also hätte man ruhig so 24, 25, 26, 26, hätte man ruhig ein bisschen so mindestens 0,5% Chance ein bisschen höher machen können. Die Rollen-Chance. Das wäre... Ich... Es tut mir leid. Ich hoffe, du verzeihst mir. Vielleicht bringen dich die Skill-Ups ein bisschen zum Grinsen. Aber dann... Ich tut mir leid. Hat denn hier irgendeiner was cool? Ne Roa killt. Sierra! Was? Nein! Das ist meine Sierra. Ne Pender. Okay. Wahrscheinlich Trans-Rolle, oder? Wüstenkönig. Wow! Was haben die denn hier alle bekommen? Wüstenkönig. Der hat drei bekommen! Dann Zyros. Ariel. Okay, wow. Zyros. Boah, der hat aber viel bekommen. Heiliger Bim-Bom. War das gestern? Ne, das war heute. Heute Morgen war das. Zyros direkt Six da gemacht. Richtig so. Hong-Hua bekommen. Ja, nice. Pang-Dawar-Royal. Vor einer Stunde. Und der hat... ...den gerade bekommen. Ich hätte auch gerne einen Net-Five gezogen für ihn. Es tut mir leid. Okay, wir sehen uns beim nächsten wieder. So, kommen wir zum nächsten. Und zwar ist dies Obex31. Er hat die Wünsche, Lucian und Galeone, also zwei Net-Fores. Lucian und Galeone habe ich beide heute noch nicht gezogen. Deswegen bin ich mal gespannt. Vielleicht ziehen wir sie ja heute, beziehungsweise jetzt bei ihm. Mal gucken wir noch mal ganz kurz in den Shop. Nö, ist nichts Besonderes drin. Und ich soll noch seine Gilde grüßen. Und zwar Wings of Memories. 3.0 ist er. Aber ich grüße einfach mal alle von Wings of Memories. Ja, also seid alle gegrüßt. Ich blende euch einfach mal ganz kurz hier ein. Eine Sekunde. So, seid ihr einfach mal alle gegrüßt. Also führt euch alle hier gegrüßt. Und ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt generell alle schöne Weihnachten. Ja, ich tue euch einfach alle mal hier drin kurz anzeigen. So, gut. Welchen Channel gehen wir? So, bleiben wir einfach heute mal im Random Channel. Okay, mal gucken. Was jetzt bei dem Random Channel rauskommt. So, ich weiß gar nicht, was wir für eine Anzahl haben. Wir haben eine LD. Zwei LDs. Eine Wasser, eine Feuer, eine Wind. 40 MS. Und keinen Stein. Weil drei Dinger fehlen. Aber okay. Gut, fangen wir mit dem MS an. Wir haben beide Blasts. Äh, die Blasts. Weiß ich gar nicht, ob ich die jetzt zuschicken soll. Da hat er, glaube ich, nichts zu gesagt. Wir schauen einfach mal. Ja, weil er ist, glaube ich, ich muss noch ganz kurz gucken. Ich glaube, er war auch noch relativ am Anfang. Genau. Wir hatten Leica. Ja. Okay. Gut, eben mal gucken. Ja, vielleicht entscheide ich für dich. Weil am Anfang kannst du auch nicht so viel verkehrt machen. Aber wir schauen einfach mal. Okay? So. Ich würde sagen, drei, zwei, ein. Oh, warte. Oder ich frage eben einfach mal nebenbei. Naja, ich frage mal ganz kurz nach. Sicher ist sicher. Ich will jetzt nichts verkehrtes machen oder so. Deswegen. Gut. Ich soll entscheiden. Sehr gut. Okay, also. Drei, zwei, eins. Go. Wir bleiben einfach mal im Random Channel. Vielleicht gibt es ja auch ein. Bisschen Lack. Keine Ahnung. Ich weiß gerade gar nicht, welchen ich bin. Ich habe zwar eben nachgeguckt, aber ich habe es vergessen, muss ich sagen. Aber naja. Gut. Schauen wir mal. Ja. Ich hoffe ja, die Hoffnung, dass da wenigstens ein cooles Nettver... 15. Heute ist es so 4-Star. Kacke, ey. Was ist da los? So viele Fake 4-Stars. Na, also. Es sind jetzt sicherlich die Mega-Anzahl an Scrolls, ja. Also es ist jetzt echt nicht so mega viel. Aber ich hoffe, dass da wenigstens was Cooles rauskommt, ja. Wenn nicht, habt ihr den Bless immer noch für euch dann später. Das ist ja das Coole daran, ja. Also wenn ich jetzt... Okay. Können noch beides sein. Das ist das Coole daran. Es ist ein Nettver und es ist Newstone und Anubis. Boah. Das ist echt ein bisschen komisch. Also Anubis würde ich vorziehen, muss ich sagen. Wegen Kaimun. Everest. Sowas halt. Amana eventuell. Eventuell The Ba. Bei Newstone ist es nur Trevor. Trevor ist natürlich eine Sache, die würde man... Naja, ist vielleicht etwas leichter zu bekommen, als... Ja gut, Kaimun und Trevor sind ungefähr gleich. Aber, ne, die finde ich ein bisschen leichter zu bekommen. Deswegen, ich nehme mal Juno. Juno sieht man hier und da auch mal. Das ist jetzt nicht so bad. Ja und Leon. Ich glaube, das ist Leon. Ist das Leon? Keine Ahnung. Ne, weiß nicht. Wir nehmen Anubis. Ich glaube, Anubis ist hier die bessere Wahl als er. Ne, so. Okay. Immerhin schon mal etwas. Ich hoffe ja mal, dass wir echt nochmal ein paar Lightnings kriegen. Ich hoffe es. Also ich wünsche es jedem. Ja, heute ist Weihnachten. Heute ist es jedem gegönnt, was cool ist. Cooles zu bekommen. Ja. Vielleicht LD wieder. Wäre auch cool. Vielleicht LD. Wer weiß. Na, wer weiß. Wer weiß. Na, hier nicht. Okay. Na, hier auch nicht. Komm schon. Hau hier was Cooles raus jetzt hier. Inferno. Nee. Lucien. Lucien hatte ich, wie gesagt. Lucien. Ah. Lucien hätte ich auch gerne. Einen zweiten, muss ich sagen. Aber bei Lucien bin ich echt unlucky. Also Lucien zu beschwören bin ich unlucky. Galleone schon eher. Galleone könnte ich schon eher versuchen. Ein bisschen lang. Ich tue nochmal mit dem Daumen tippen. Ah. Leider nicht. Und Fake. Four Stars. Ey, ohne Witz. Blitze ist ein Four Star. Okay. Ist ein, ja, Susano. Okay. Eventual Fusion. Im Sonsten Endgame. Also so Richtung Endgame ist Susano relativ gut. Im BK kannst du auch in Speedteam DB10 benutzen später. Oder halt Fusion für Sick. Falls du noch keinen hast. Ja, erleichtert es dir ein bisschen. Hatte ich heute auch noch nicht. Also Susano hatte ich heute auch noch nicht. Ist interessant, interessant. Okay, gut. Auf geht's. Komm schon. Komm schon. Zwei Blitze in 40 Scrolls jetzt, glaube ich, ne? Ist eigentlich bis jetzt noch okay. Ich hoffe, es bleibt so. Wenigstens alle 10 ein Blitz. Das wäre schon schön. Das wäre schön. Komm schon. Ah. Ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Please. Na. Kann nicht sein. Komm schon. Ja. Haha. Ist auch ein Four Star. Aber vielleicht Lucian Galeone. Bitte. Ist ein Cube. Ist auch Fusion für Panda. Aber ist auch an sich ganz okay. Ja. Ist auch an sich ganz okay. Nur Fusion Panda würde ich auf deinen Stand vorziehen. Für später. Neko. Raid. Ja. Da ist es halt ein bisschen leichter dann. Die Fusion. Ist wieder ein Four Star. Oh. Blitze sind hier ein bisschen cooler. Da muss ich sagen. Ist wieder Lumi. Ja. Lumi ziehe ich heute irgendwie andauernd. Habe ich so das Gefühl. Ja. Aber die Blitze sind hier cool. Muss ich sagen. Die Blitze sind da. Hier. Ich weiß nicht in welchem Channel ich bin. Vielleicht liegt es am Channel. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran. Dass es so ist. Na. Wer weiß. Komm schon. Ich habe ja die Hoffnung immer noch auf ein Net5. Ja. Ein Net5. Ein Net5. Please. Go. Äh. Nee. Skip Button ist da. Hm. Komm schon. Blitze wenigstens noch. Komm schon. Ein Blitz noch. Ein Blitz. Komm. Ein Blitz. Please. Ein Blitz. Ein Blitz ist noch drin. Oder? Darauf schwöre ich. Dass ein Blitz noch drin ist. Bitte. Nein. Komm schon. Ein Blitz. Ah. Okay. Leider kein Blitz. Ein Bernhard. Okay. So. Ich mache die Feuer zuerst. Weil bei Feuer sei jetzt keinen großen Wunsch gesagt. Deswegen. Machen die Feuer zuerst. Auf geht's. Nee. Kein Blitz. Leider nicht. Okay. Kann man nichts machen. Gehen wir als erstes auf Luschen. Bei Luschen. Hm. Glaube ich eher wenig dran. Dann. Ne. Erst mal ein Blitz. Ne. Das wäre vielleicht so. Punkt 1. Galleone. Go. Ah. Keine Galleone. Wir haben noch zwei LDs. Das war es dann. Ja. Keine LD. Keine Legendary. Schade. Okay. Wir haben noch zwei LDs. Ich habe da Hoffnung drin. Ich habe da starke Hoffnung drin. Okay. Drei. Zwei. Eins. Arena bis es. Okay. Cool. Go. Hm. Vielleicht die Linne oder irgendwas brauchbares. Ah. Eher weniger. Eher weniger. Vielleicht hier was brauchbares. Oder ein Blitz. Bitte. 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 Ah. Vielleicht was cooles. Mantura. In Fake Forster. Aber es ist eine Mantura. Ja. Es ist immerhin eine Mantura. Mantura. TUA. Ja. Also TUA. TUA Hard und so. Ja. Das war es dann auch schon. Leider. 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 Hm. Hast du immer noch deinen Net5 Bless für dich? Ja. So ist es jetzt nicht. Hast du deinen Net5 Bless für dich? Ist ja an sich auch nicht schlimm. Ne. Ist ja an sich nicht schlimm. Ach. Guck mal. Gerade den hast du auch schon. Ansonsten. Von den Net4s. Sehr viel Fusion. Die Triade ist von dir. Ich hatte vier. Wow. Vier. Ja. Genauso viele. Also genau MS mäßig. Ja. Den tu ich nochmal weg. Und die Mantura tu ich weg. Für den Fall der Fälle. Mantura ist wie gesagt ganz cool. Ist leider nur Fake. Fake Forster sind heute echt. Und die sind echt am Start. Aber naja. Ansonsten. Ich hätte dir echt was gegönnt. Du hast ein Net5 ey. Ich weiß nicht wie lange du schon spielst. Müsste ich im Protokoll gucken. Aber. Ich weiß nicht mehr wo dein Turm ist. Deswegen. Naja. Ah hier. Gucken wir mal kurz. Ja. Ich weiß dass du sehr lange Pause gehabt. Das ist eh egal. Okay. Gut. Dann bin ich für diesen Account durch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.